Ich habe eine sehr klare Vorstellung, wie das als Pianist klingen muss. Und der Lautsprecher hat es geschafft, jedes Detail, jede Nuance überzubringen. Mit 16 habe ich den Sprung in die Musikwelt gemacht. Das war das erste Mal in meinem Leben überhaupt ein Klavierkonzert mit Orchester im Fernsehen gesehen und gehört. Das hat mich damals so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, ich will den Weg gehen, den Weg des Musikers. Und ich bin in den Unterricht gegangen und ich habe jede freie Minute geübt. Über den Mittag, nach der Schule, vor der Schule, ständig, ich war ständig noch Klavier gewesen. Drei Jahre später an der ZHDK die Aufnahmeprüfung bestanden und mein Master of Arts in Musik. Nebst dem Musikmachen ist natürlich das Musiklose bei mir eine weitere Leidenschaft gewesen. Ich war jahrelang auf der Suche nach einem perfekten Soundsystem. Und eines Tages kam ein Kollege von mir und sagte, Gabriel, ich habe etwas für dich. Das musst du dir unbedingt anhören. Ich habe etwas für dich. Dann sind wir an die Hörsession zu den Piegas und ich habe dort meine Lieblingsklavierstücke abgespielt. In diesem Moment nicht mehr. Ich glaube, ich bin dort zwei Stunden gehockt und konzentriert. Ich wollte nicht mehr weg. Es war unglaublich. Es ging für mich eine Welt auf. Vor allem die MLS-Serie. Das ist für mich der Lautsprecher, der alles hat. Klavier ist die Challenge für jeden Lautsprecher. Es hat sehr kräftige Bässe oder auch sehr brillante Höhen. Und dass ein Lautsprecher das natürlich überbringen kann, ohne dass er an seine Grenzen kommt. Im Flügel hast du einen riesigen Resonanzkörper. Das braucht natürlich auch einen Lautsprecher, der einen Hauer hat. Dieser Resonanzkörper und die MLS-Serie hat das. Seit ich die Piegas-Lautsprecher bei mir zuhause habe, hat sich meine Art, wie ich Musiklose komplett verändert. Es ist nicht mehr so, dass ich einfach die Musik einschalte und sie läuft im Hintergrund. Sondern jetzt sitze ich wirklich eine, zwei Stunden konzentriert, als wäre ich im Konzert. Und das ist wirklich unglaublich. Das Klangbild ist extrem ausgewogen. Man nimmt ein Orchester jedes Instrument wahr, als wäre man live dabei. Wenn man live in einem Konzert sitzt, kann man auch jede Instrumentengruppe, Strichinstrumente, Blasinstrumente, Palken, da hört man alles aus. Und bei den Piegas ist das genau dasselbe. Also jedes Detail. Die MLS-Serie ist für diejenigen, die eine absolute Leidenschaft zu der Musik haben und nur zufrieden mit dem Besten sind. ZYG. Das gibt es füristy Unfälle. Das kann man so deutlich mehr in willing arm Trauern Explosions nach dem сделать. Passt das ine 아버chuck Secchenbel, so zufrieden mit den Kappel, Tauschen-Des communicate mit den Ske siten. Ho Chi Dub, auch Training Hecht. Ich leir Es sogar vor allem.